Ist der Einladung bekommen und angenommen? Jo. Wird geladen. Motor des Paris. Lade. So ausladen, tu. So. Papa. Ja, Paris ist schon eingestellt. Sonst kann ich hier auch nichts einstellen. Wenn du sagst, ich bin bereit. Ja, dann starten wir, wa? Hm? Zu zweit, oha. Oh, ich hab hier noch ein Flammenwerfer. Hier, Denny, Denny. 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 Da sind auch ein paar Kollegen reinkommen. Für die Leute. Zu zweit wird das ein bisschen schwierig. Zugang wird zugeschweigert. Die Tür ist versiegelt. Ich grill da beide mal ein bisschen. Warum? Viel Spaß. Grillen ist immer gut, Alter. Ihr habt ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige. Die Tür ist immer gut. Hey. Hey! Also das ist ein Zweitschot, also wenn der keiner reinkommt, dann könnte das schwierig werden. Aber wenn einer stirbt, dann haben wir noch 50% Firepower. Oh, der hat fast leer geschossen. Dann haben wir auch nur 3 Gegner. Ich bin gespannt, wie das der Map so designt ist, wie das draußen aussieht. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Du hast einiges abbekommen. Lass dich beantworten. Find ich auch. Ja, du schnullst noch den Eiffelturm. Bonjour, mein kleines Feuerzeug. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Okay. Nagelpistole, kann man da auch die Nagel wieder aufheben? Ne, ne. Die so kleine Nägel müssen wir mit der Pipette aufheben. Und mit der Lupe suchen, Alter. Armbrust, ich kann nur so leisten. Oh, klar, da haben wir das Geld hier. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Ich habe schon eine Menge, aber danke. Denkst du nicht, rechts haben sie reingesteckt. Ich habe aber jetzt trotzdem kein Geld mehr, noch zwei, glaube ich. Ah, check rein in die Pumpe. Ich habe mal Tür zu. Ich schließe die Kapsel gleich. Die Munition habe ich ja volle, volle. Kann ich da noch was zumachen? Alles fertig. Tür zumachen, ja. Die Zeit ist um. Geht und tötet mir selbst. Was ist das jetzt für ein Wagen? Ah. Ah. Ich wünschte, ich wünschte, das würde mich ändern. Oh, Alter, wir haben da eine Rakete geschossen. Och, genau nicht. Ich stehst versiegelnd. Entschuldigung. Einer. Ich weiß nicht, wer hier eine Rakete geschossen hat. Den Nächsten. Auch nicht noch, wer uns die wenige hinter mir hat. Oh, oh, hier ist aber steigert hier. Ich habe gar nicht so gut zu sehen. Oh, da hinten ist der Eichel-Turm hier runter, Alter. Die laufen uns sowieso daher. Die laufen. Der Fußballspieler ist Fußball. Doch, man hat den Händen. Die sind wieder weg. Alter, geil. Paris in Flammen, Alter. Das ist früher. Hahaha. Ich brauche eine bessere Pumpe. Die gefällt mir gar nicht. Geiler Hintergrund dahinter. Geiler geiler Panorama. Ich bin tot. Ich habe meine Wurst, das habe ich vergessen, ne? Wie hatten sie das? Ig Mitsu, ja? Das heißt, ich suche so. He. Oh, da haben die Spiele genommen. Oh, noch eine, Alter. Mal Gott, das ist so groß. Also, zu zweit ist das schon, äh, jetzt auch schwer, so die Passage. Brauchst du mehr Leute. Aufpassen! Ein verhüllter Scheiße! Sie sind aus der Töte! Sie wollen sich heilen. Ich gehe gleich daun und das geht hier gar nichts mehr. Warte mal, aber was ist mit Unsicherheit? Noch eine? Hier, nur Geld, du Mist. Die kriegen doch alle noch Geld. Was ist denn? Wunderbar. Ich habe mich nicht besser. Diese Mieze ist wieder dabei. Oh, das brennt! Höchst in diese kreisende Kuh! Er ist verletzt! Das war der Letzte. Geh zur angezeigten Cupswell für mehr Ausrüstung. Aber wenn er jetzt nicht bald einer reinkommt, dann haben wir gleich ein bisschen Probleme, Alter. Denkt dran! Der Schrei der Sirene schadet am meisten denjenigen, die direkt davon getroffen werden. Früher hätte mich das noch angewidert. Ja, das stinkt hier. Sie haben eine dreckige Gasse an. Italien werden hier im Müll da auch nicht los. Da gibt es ja keine Müller vor. Aber eine Feuerwehr, die gibt es hier, ja? Alles klar. Zwischen zu steigeln, ja, ne? Wollt ihr um 2.000 da hin? Da haben wir die Teure drauf hier. Aber erstmal, die Pumpe ist richtig scheiße, also die wir nicht haben. Erstmal hier. Kaufen wir hier. Reicht aber. Reicht nicht. Gut. Das muss ich dafür ausgeben. Ich habe fast keine Munition. Ich muss hier Munition sammeln. Das kann ich ja gar nicht gebrauchen, ey. Immer mal ein Bier hier. So stracke ich hier. So stracke ich hier. So, wie ich es hier immer nachstellen. Das hier. So Tilke. Hamas, ja. Hamas. Ja. Hamas. Sicher? SOS? Ja. Brauch Tabletten, meine Damen. So, wir haben ein paar Pillen hier. Pain-Killer. So, die zweite Welle war schon fast bis weit. Ich muss ganz viel hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist eine Munition, Alter. Sonst bin ich gleich hergeschossen. Oh, da hinten haben wir so viel. Ich hau ab, Alter. Das gefällt mir hier gar nicht, ey. Ja, lass mich ruhig hier. Auf Munition hier. Oh. Aber es sind noch einige. Lass mal nicht. Also, werde ich hier schon Munition finden. Ich werde hier auch die teuerste Binde kaufen, ey. Die unsichtbare Stimme hier auch. Ja, das ist ein Arschlussvoller. Nein, ich betreide das auch. Die überrenne mich hier. Wo passt du denn? Ja, du musst da raus. Du musst weg. Ja, und ich weiß nicht, wo du hingerannt bist. Ich suche Munition hier auf der Map, aber ich finde nichts. Achtung! Verhüllter Gegner! Lass mich! Dann muss ich 35 Gegner killen. Jetzt haben wir so wenig Munition. Ganz alleine. Ich hoffe, dass das nicht schwer. So, kommen wir jetzt hier weiter? Nee, natürlich nicht. Sagt der's. Oh nein! Jetzt haben sie sich umziehen. Sprint runter hier. Ah, ich hab keine Pumpe, keine Strecke mehr. Da muss man schon aufpassen, dass ich jetzt keine Kräfte bin. Aber das war auch klar. Wie weit ist das? Aber normal ist viel zu schwer. Voll Profi sein, Alter. Nur Rückblick an, dass er so die schnellste Weinkette. Na ja, so hat man das auch mal dringend gelernt. Mal sehen, wie schwer das Spiel ist. So, wo ist hier Paris? Ich hab gedacht noch mal. Ach, da oben ist es doch. Dann wählen wir das noch mal. Dann kommen bestimmt neue Leute rein. Ganz oben ist sie. So. Wenn wir nicht weiter fangen. So. 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 Das ist zu zweit eigentlich fast gar nicht zu schaffen. Das ist ja selbst Audit für sich gerade gerade, das frage ich. Na ja, gut sehen. Hast du so wenig Geld und... Vielleicht hätte ich mir nicht die teuerste Waffe kaufen sollen, aber... Ich habe nicht zu ungehabt. Vielleicht ändert sich gleich, was für die Zeit abgelaufen ist, bis dann Leute reinkommen. Ich wüsste nicht, wo man das jetzt anstellen kann, die Spiele. Müsste mal einen Leer nennen. Übersehen. Scheiße, wieder zu zweit, wa? Ja, natürlich. Oh Mann, Alter, das wird doch nichts, oder? Ja, wenn natürlich jetzt welche reinkommen würden, aber die kommen nicht rein. Ach, Geld kommt. Okay. Ja. Und noch einmal als Zugabe. Meine Stiefel? Guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Alle. Das reicht. Äh. Aber Munition sparen hier. Was wieder Spaß hat in der Helfer. Ja, also. Laufen alle auf dich zu, Alter. Der ist doch noch ein fetter. Ich hatte eine Granate hier, wo die Schnauze, Alter. Und nochmal ein. Davon habe ich noch genug, Alter. Ah, das gibt's auch nach vorne, oder? Das sind fast alle. Ach, ich muss kotzen. Ja, das war easy. Ja, das war easy. Ja, das muss zusammenbleiben, ey. Das System sagt, dass du die meisten selbst getötet hast. Ja, aber ich musste vorher laufen, weil ich hatte keine Munition, die leer ist. Ich glaube gar nichts mehr, denn, äh. Sie werden jeden Augenblick da sein. Aber ich habe nichts gefunden gehabt. Das war das Problem. Wir packen viel zu wenig Munition hier hin. Ist ja, läuft's überall lang. Und wenn der eine jetzt eingesammelt hat, das ist nicht für alle. Das ist einfach eigentlich viel. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Können wir vielleicht nochmal fetschen, oder was? Blut ist dicker als Wasser. So. Anschauen muss man noch... Ja, das ist wie bei, äh, Zombienmodus. Ich muss erst auch sehen, wie du dein Geld ausgibst. Und das muss passen. Feinde geortet. So. Das geht noch. Die Welle schaffen wir auch noch. Ne. In der Dritten sind wir gestorben vorhin, ne? Alles. Ich schließe die Kapsel gleich. Nein. Was? Ersatz geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Genau das falsche... Genommen. Ja, genau das mach ich nämlich. Das muss genau passen. Das ist auch wichtig, äh, dass man, äh, bei sechs läuft. Ist das überhaupt nicht wichtig. Weil wenn man nach der Höhe besteht, das war das Spiel. Und dann musst du auch die Türen zu machen und alles. Wenn du die Zeit hast, dann will sie dich nicht überreffen. Ein Unverstand. Aber es sind noch viele Sätze. Überrand werden. Die unsichtbare Brüde. Die unsichtbare Brüde. Die Planate ist, glaube ich, der Beste. Wenn du jetzt mal raus siehst. Ja, am besten raus siehst du mehr Platz in der Klau. Ich hab nur noch drei Schuss. Was ist Munition? Dann hast du gerade einen Fehler beim Tauch gemacht. Kannst du aber am nächsten Mal besser machen. Was ist hier das Blöde? Er hat das falsche Ding gekauft. Lass dich nicht töten da. Hau ab da. Die Karte ist riesig groß. Ich kann dir bloß jetzt versuchen bei dir. Der wird Schweffer! Achtung! Ein Stoffer kann mich immer noch. Alles klar, wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Cups fliegen. Auf der Falle. Ich kann nicht töten! Du bist du? Ja... Und jetzt achte drauf, was du da kaufst. Das war schön. Kopf-Treffer. Der ist weg. Ich spritze das aus, Alter. Was ist da überhaupt heilen? Ich finde das scheiße, dass da nicht einer mal reinkommt, ey. Seh ich nicht. Das ist besser als Black Ops Zombie-Modus. Allein schon die Karten, die größeren, geile Design. Viel mehr Klassen auch, zehn verschiedene Klassen. Schon top, Alter. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. So. Heile mich jetzt nochmal. Aus dem Netz. So. Erstmal eine bessere Schrotplinte, die doppelläufige Schießeisen. Das kann ich dir empfehlen. Die ist günstig und die Narret-Pistole ist scheiße. Das muss jetzt alles passen. Ich nehme die doppelläufige Schießeisen. Ich kann die in die Pistole noch mitnehmen. Die... Da habe ich zwei Schrotplinten. Die Zeit ist fast um. Schnell weglaufen. Jawohl. Genau ins Herz. Genau das meine ich. Hast du eine Errungenschaft bekommen? Äh... Habe ich wahrscheinlich schon eine Errungenschaft bekommen. Hm... Vielleicht eine Schlange. Ah... Die Welle schafft es auch. Ah... Das tut der mit einer Kettensäge an. Ich muss nachladen. Der ist weg. Das war ein Kopfschosser, ne? Bei Baul. Alles nach dem Plan, ne? Achtung. Ich lebe unter Start. Jetzt beende den Auftrag. Allez. To. Baaah. Lass mich. Oh. Hallo. Du krass. Oh. Ah. Meine Stiefel? Dein Gesicht. Ha? Ah. Weg mit dir. Ich muss nachladen. Ich muss abhauen. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Jetzt wird laufen. Jetzt wird laufen. Neue Patronen im Laufen. Jetzt wird eine Sackgasse. Das ist scheiß Optik. Schon Mist hier. Oder? Die Treppe hoch. Oh. Ja. Auch schlecht. Eine neue Spritze da ist und der wieder auf 100% lebt. Das ist immer gut. Vielleicht hat er eine neue Spritze. Erst dann wieder angreift. Wunderbar. Uh. Da stand er mir direkt vor. Ja. Dieser Schwan ist fast erledigt. Gute Arbeit. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Jawoll. Nochmal heilen. Jawoll. Das ist eine lange Distanz. Ja. Hier muss man jetzt zu zweit. Wie sehen wir mit Funktionen aus? Alles Bestens Kumpel. Juch Muni holen. Jetzt kommt eigentlich die schwierigste Welle. Entgegen schaffen wir sowieso nicht. Das ist glaube ich nicht zu zweit. Ja. Da braucht man natürlich. Das dauert ewig. Das hat haben. Äh. 4 und 4 Leute. Schön dass du wieder zurück bist. Das ist geballte Fogfire Power. Aber du blutet nicht alles voll. Das kann man eigentlich gar nicht schaffen glaube ich. Äh. Ich weiß es. Das wird man sehen. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Oh ja das doppelläubige Schiesseisen ist wunderbar. Ja wir sind auch noch zu schwach. Also wenn wir Level 25 wären würden wir das schaffen. So. Ähm. Ich wünschte. Ich wünschte das würde mich immer noch anbieten. Ich wünschte das würde mich immer noch anbieten. Ich wünschte das würde mich noch anbieten. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Ja mach halt den Mundmensch. Die muss weg. Ich dachte die bessere Sprotflinte hier. 1100. Aufladen noch. Ja 97 Schuss. Wunderbar. Bloß hier raus alle. Lassen sich hier drinnen bleiben. Ja. Von der Straße hier. Ich weiß nicht wie du bist. Das spielt keine Rolle. Du musst selber sehr rüber klarkommen. Ja da drin. 100 volles. Magathie haben. Und äh. Und äh. Ja da drin. Kein schlechter Anfang. Das war aber gut. Ich muss immer wieder mal defensiv sein. Immer mal angreisen. Oh Gott. Ja da drin. Ja. Ich habe schon mal gefangen. Ich schränke hier irgendwo, wäre super. Ich bräuchte ganz schnell Hilfe. Ne, ich muss dir selber helfen. Ne, keine Chance. Hast du was falsch gemacht? Ja, ich bin hier hinterher. Du solltest nicht auf mich achten, du solltest auf mich selber achten. Du darfst nicht alleine, du stehst auch drin. Es macht keinen Sinn alleine rum zu rennen. Geht doch noch wunderbar hier, ich weiß nicht, was er die alte Schnitzel hat. Wo ist hier der Boss? Das ist alles am Ende. Nein, ein Dottie hat sich verhellt. Meine verdammten Augen! Oh ja! Alles ist dunkel! Es ist ein Schlafen. Es ist ein Schlafen. Ich bin noch nicht klar. Es ist ein Schlafen. Es ist vorher nicht only ein Schlafen oder einen Schlafen. Er ist einer Schlafen. Wer возможно sie? Das ist eine Schlafen. Für mich ist tycker es. Mit kleiner Heimat, bist du? Ich bin gleich da! Ja, jetzt der zweite ist... keine Chance. Ich kann doch nicht immer hier gucken, wo du bist, und immer hinterherlaufen oder so hinterher. Darum geht's sogar. Ich schaue mir an das scheiß Brett. Da kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Ich suche mir andere Sachen, auf die man achten muss. Aber sowieso, wenn wir da auf einem Platz stehen zu zweit, sowieso noch was. Es muss immer in Bewegung bleiben. So. Wie auch immer, wir sehen uns in der nächsten Folge.